Hi, die Ute von EasyClean. Hier kommt mein EasyQuickie. Wenn du es ganz schnell hast, wenn sich Besuch angemeldet hat und du willst nochmal schnell ein paar Fenster sauber machen, dann nimmst du einfach die Wassersprühflasche und sprühst die Scheibe ein, nimmst ein Fenstertuch und machst ganz schnell die Scheibe sauber. Ratz, ratz. Wenn das Fenster nicht arg so verschmutzt ist, dann geht das. Wenn da nochmal Regentropfen drauf sind oder ein bisschen Fliegenschiss, ratz, ratz, hast du die Scheibe sauber. Tschüss, die EasyClean Queen.